so meine lieben freunde da sind auch schon wieder in hogwarts legacy ja wir sind zuletzt stehen geblieben hier bei harlow und seiner festung wir müssen vorsichtig sein auf jeden fall ich gehe jetzt einfach drauf los ich denke nicht dass wir ihn erwischen werden vielleicht ein zwei seiner anhänger aber wenn wir dann so weit sind dass wir bei ihm sind kommt höchstwahrscheinlich eine cut ziehen ich glaube nicht dass er einfach so zu besiegen ist wir können natürlich hier weiter hoch aber ich mache hier erst mal weiter hier gibt es einen brief nicht identifizierbarer legendärer gegenstand sehr schön sehr schön die nicht identifizierbaren sind glaube ich stärker als die die wir so finden und da ist auch schon die platz ziehen alles ist gut ganz ruhig da seid ihr komm schon Alohomor! Mach schon! Krass, jetzt können wir Wolkenschwinge fliegen. Flieg langsam zäh, sinken, sinken, steigen, steigen, sinken, das wissen wir ja schon. Da ist der Hogwarts Express! Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein! Das ist so wie Besen fliegen. Hier zur Station müssen wir auch noch auf jeden Fall mal hinkommen. Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Mit Sicherheit. Das ist unglaublich! Ja, ich finde es auch unglaublich. Ich hoffe, dass wir Wolkenschwinge behalten dürfen. Wirklich unglaublich, oder? Ja! 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 wir haben 15 weitere plätze freigeschaltet durch die deluxe edition haben wir jetzt zwei weitere tiere bekommen wenn sie zeit haben kommen sie bitte in den raum der wünsche die gesagt dass er ihnen etwas mitzuteilen hat ja können wir machen also haben wir den jetzt für immer schneller wolken schwinge das ist echt cool das ist echt cool leute ja mal wie können wir jetzt absteigen mit b wahrscheinlich okay wir können den einfach in die in die tasche rein tun und dann wieder beschwören okay ich verstehe ich verstehe hier ist ein frosch wenn ich mich nicht täusche das hätten wir auch erledigt dann gehen wir mal zum schloss zurück gucken wir mal nach aufträgen hause sprich mich sprich mit die die quill im raum der wünsche mit dir sprechen hause was haus elfen kummer okay also wir können zum astronomie unterricht dann können wir drei neue dinge lernen drei neue zauber sprüche dafür müssen wir aber auch noch die missionen erfüllen aber wir wollten hier uns mit sebastian treffen das machen wir auf jeden fall dafür gehen wir nach hockworts gucken wir mal was die für probleme haben so so gucken wir mal aber so 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 ok so ok Holy moly. Haben noch einiges zu tun. Was ist das da? Ist das Schloss 1 oder 2? Schloss 1 können wir machen. Alohomora! Rebellion! Hier haben wir noch eine Nebenquests. Wir müssen hier weiter. Ach krass, guck mal. Wir sind zum ersten Mal in der Haupthalle. Wie schaut euch das an? Boah, da kommen Erinnerungen hoch. Ich muss mir die Filme nochmal anschauen. Da kommen Erinnerungen hoch. Den Schloss können wir auch mal schnell machen, bevor wir mit Sebastian reden. Rebellion, was haben wir denn hier? Ein Demigais. Wo? Na, können wir nur Nacht drauf machen. Aber zumindest weiß ich dann, wo einer liegt. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Na dann? Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gorns wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich weiß, wir spielen jetzt im ersten Run den Guten, aber wenn ihr euch dagegen entscheidet, die dunklen Künste nicht zu lernen, dann werden wir nie wieder die Chance bekommen. Und die Fähigkeiten sind echt OP, habe ich mir sagen lassen. Aber ich will euch nicht spoilern, genießt einfach. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut, aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Kruziatus-Fluch etwas? Kruzio, richtig? Der Kruziatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel aus Spaß, Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte. Aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Das hätten wir dann schon mal. Kriegen wir kein Quest noch geschlossen? Nix? Also der wird sich anscheinend melden. Mit der Eule oder was auch immer. Dann... Was können wir als nächstes machen? Wir können mit Deek sprechen. Wir müssen noch Demigeist neun Stück finden, damit wir alle Humor 2 lernen können. Ja. Was sollen wir als nächstes machen? Wir machen mal ein bisschen mit der Hauptquest weiter. Die Nebenquest können wir ja auch danach machen. Wir machen die eine Hauptquest noch und danach machen wir in der nächsten Folge dann die Nebenquests. Wir machen. Wir machen das Racing. Wir machen wieder. Wir sehen, wie du einen Versuch magst, auch wenn du am Ende... Rebellion! Ja, gehen wir zum Astronomie-Unterricht. Wie viel Zeit haben wir noch? Sollten wir es schaffen. Hallo! Kannst du mir helfen? Das sollten wir schaffen. Wir könnten mal versuchen, hier die Tür aufzumachen. 0, 3. Also fehlen 2. 1, 2. Und 4 und 1 sind 5, also fehlen 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine mehr? Vielleicht einer weniger? Warte, probieren wir mal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch nicht. Ich werde nicht schlau aus diesen Rätseln. Manchmal kriege ich es hin, manchmal nicht. Vielleicht hier einer mehr? Nein, dann würde das nicht stimmen. 2, 2, 8. 8, 8, 8 minus, müsste eigentlich 7 sein. Egal. Wir probieren es einfach so lange, bis es klappt. Aber nicht jetzt. Jetzt keine Zeit verlieren. Ich muss mir mal ein ausgiebiges Video darüber anschauen, wie das funktioniert. Weil selbst komme ich echt nicht drauf. Einmal habe ich es, glaube ich, geschafft. Hallo! Wie schön Sie zu sehen! Vielleicht wird es ja jetzt im Unterricht erklärt. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen... Professor Shah! Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn Sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen Sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Okay. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Okay. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein. Stellen Sie es scharf. Selbstständig. Fokussieren. Habe ich. Und jetzt? Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber, Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sternengucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Sie können gehen. Oh, hallo. Ich bin Amit. Wir haben Zaubertränke zusammen. Glücklicherweise gab es in diesem Kurs noch keine Explosion. Oh, hallo Amit. Schön, dich wiederzusehen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Das kann ich nicht annehmen, Amit. Du brauchst es vielleicht. Doch, wirklich. Ich brauche es nicht. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Kobold Glas, erstklassige optische Verzauberungen, so ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten, äh, noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich habe die Sternenbeobachtung möglichst lang aufgeschoben. In Centium! Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Ach, die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung, das muss man nutzen. Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen sie ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen sie? Ja. Stimmt es, dass sie nur wenig von der Wahrsagerei halten? Von allen anderen Disziplinen, die hier gelehrt werden, ist Wahrsagen sicherlich die schwächste. Vor allem, wenn es um diesen astrologischen Unsinn geht. Astronomie und Astrologie sind nicht dasselbe. Das eine ist verbriefte Wissenschaft, das andere purer Wahnsinn. Sie haben im Unterricht Astronomiealtäre erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Vor langer Zeit haben Liebhaber der Astralkünste überall Steinplatten aufgestellt. Sie sind ideal, um Sternenkonstellationen nah und fern zu studieren. Über Jahrhunderte nutzten Zauberer diese Astronomiealtäre zur Sternenbeobachtung. Leider sind sie jetzt nur noch Mahnmale des unerschrockenen intellektuellen Strebens einer vergangenen Epoche. Danke, Professor. Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig. Die perfekte Nacht für... Oh, hallo. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner als ich dachte. Einem angehenden Astronomiegenie würde ich doch kein drittklassiges Lunarskop anbieten. Aber, ähm, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomiealtäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinklub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los! Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Na dann, auf geht's. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden eins von Centauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinklub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Reveilio. Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnbeben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Reveilio. Incentive. Mehr Spinnbeben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach, Quatsch. Doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Teleskop rotieren. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Das macht einen echt unangenehmen Geräusch. Beim Sternkarten geht es um Geduld und Präzision. Also ist klar, dass die das sind. Guck mal, die Frage ist, wie rum. Wieso? Ah, ich hab's glaube ich. Ein bisschen näher dran. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien. Wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehlaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Jo, bis bald. Level 23. Nice. Herausforderung freigeschaltet. Finde Astronomie Altäre. Okay. Eins von fünf. Ich schließe Hauptaufträge ab. Drei von vierzehn. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Halo schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Jetzt will auf einmal jeder was von mir. Gut, ähm. Ich schau mal. Vielleicht können wir noch eine Mini-Aufgabe erledigen, bevor wir die Folge pausieren. Ähm. So. Ganz kurz hier die Ausrüstung überprüfen. Okay, wir können hier andere Reittiere auswählen. Wolkenschwinge in schwarz oder Sepulchria. Die sind auch mega nice. Die können ja unsichtbar werden, habe ich gehört. Dann probieren wir mal die. Zeit für einen Ausflug. Das ist echt cool. Äh. Gut. Was machen wir als nächstes Auftritt? Hm. Begib dich zur Kartenkammer. Trifft dich mit Lower Hooks, zielt mit Nutty. Ähm. Hm. Ich würde sagen, wir sprechen mal mit Deak. Und gucken mal, was er von uns will. Der hat uns echt mega stark geholfen. Deak würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Ja, sprechen wir. Hallo, Deak. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Ah, hallo. Ja. Deak hat sich etwas überlegt. Er. Was geht denn jetzt? Was ist da los? Oha. Oha. Wofür ist das? Oh, ja. Wie Deak sagte, er hatte eine Idee. Deak weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops' Meister lässt ihn nicht aus der Höhle. Und Deak weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja. Und Deak hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deak dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Ja, ich finde Tops kein Problem. Ich verstehe. Überlass das mir, Deak. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deak, was Sie über Deaks alten Freund erfahren. Wir helfen Deak auf jeden Fall. Wir schauen mal hier, wie der zweite Raum aussieht. Ach, wie cool ist das denn? Schaut euch das mal an. Okay. Wen könnten wir denn hier freilassen? Wir könnten hier unsere zwei Hippogriffs reintun. Niffler. Die tun wir auf die andere Stelle. Wenn ich den hier hinzufüge, kann ich den dann trotzdem reiten? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh. Wir pflegen euch mal ein bisschen. So. Nice. Lasst es euch gut gehen. Gehen wir wieder raus. Dann gehen wir in den anderen Raum rein. Hier tun wir die... Wo sind die? Ah, hier. Hi. Guck mal, ich habe euch von Freunden mitgebracht. Die können doch hier alle ihr Zuhause finden. So, die streicheln wir auch ein bisschen. So, und dann werden sie gefüttert. So, jetzt können sie ja zusammenspielen. Bye, bye. So. Und in der nächsten Folge werden wir dann Dick helfen, seinen Freund zu finden. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns. Haut rein.